Deutsche Schauspielerin und Sängerin, Lottie Krekel, starb am 11. April im Alter von 81 Jahren gestorben. Seit dem Jahr 1958 gehörte sie zum Ensemble des Kölner Milowitsch-Theaters. Da zahlreiche Aufführungen der Bühne auch bundesweit im Fernsehen übertragen wurden, erlangte Lottie schnell landesweite Berühmtheit. In Köln zählte Krekel zu den erfolgreichsten Sängerinnen in rheinischer Mundart, ihre beliebten Schlager wie »Mir schenke der Al-Epa Blümcher« und »Ne Besuch im Zoo« wurden Karnevalsklassiker. Deutsche Schauspielerin, Karin Gregorek, starb am 22. April im Alter von 81 Jahren gestorben. Ihr größter Publikumserfolg mit teilweise mehr als sieben Millionen Zuschauern aber war der Dauerbrenner um Himmels Willen, der von 2002 bis 2021 im Ersten lief. Dort spielte sie Felicitas Meyer, die stellvertretende Oberin des Magdalenenordens. Deutscher Schauspieler und Musiker, George Meyer Goll, starb am 10. April im Alter von 74 Jahren gestorben. Er war ein gefragter Fernsehschauspieler. Anfang der 80er Jahre startete die NDR-Serie »Schwarz-Rot-Gold«, in der er die Rolle eines Zollfahnders übernahm. Deutsche Schauspielerin, Maria Sebald, starb am 4. April im Alter von 92 Jahren gestorben. Ihr Gesicht kennen Fernsehzuschauer aus der ZDF-Serie »Die Wicherts von nebenan« und »Ich heirate eine Familie«.